Verehrte Teilnehmende des zweiten Spendenlaufs. Laufen, Bewegung. Nie schien dieser Aspekt wichtiger als heute. Wir befinden uns bereits seit über einem Jahr im Kampf gegen das Coronavirus. Mal im harten Lockdown mit nur eingeschränkten Möglichkeiten zum Laufen, mal in einer Zeit mit weniger harten Maßnahmen, in der es zumindest allen möglich ist, sich frei zu bewegen. Die große Resonanz zum ersten Spendenlauf im vergangenen Pandemiejahr 2020 verdeutlicht zwei Aspekte. Sportliche Betätigung, gerade draußen an der frischen Luft, sorgt nicht nur für ein gesteigertes Wohlbefinden, sondern lässt uns auch die Sorgen des Alltags für einen Moment vergessen. Einsam versus gemeinsam, trotz der pandemiebedingten räumlichen Trennung, spornte die Aktion viele an, gemeinsam für einen guten Zweck aktiv zu sein. Aber die Möglichkeit des virtuellen Wettkampfes nutzten nicht nur passionierte Läuferinnen und Läufer. Auch jene, für die Laufen nicht zum sportlichen Alltag gehört, hierunter auch Kinder und ältere Generationen, nutzten die Möglichkeit für einen guten Zweck und zur sportlichen Betätigung. Nutzen Sie die Chance, auch dieses Jahr und seien Sie dabei. Zeitlich, flexibel und mit vielfältigen Möglichkeiten der Teilnahme vom Walking, über den 1 km Kinderlauf bis hin zur Marathonstrecke. Viel Spaß dabei!